Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im oberbergischen Kreis. Die Immobilie wurde 1898 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer sowie einen Keller. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 74.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.